Krüppel.. Krüppel! Oahhh... Scheiße! Nee, lass mir ihn direkt abkratzen! Warum? Warum auch? Säure-ing auf meinem, äh.. Säure-Lichtschwert! Blah... Blah-blah-blah... Blah-blah-blah... Blah... Ja, und du springst wieder einen Kilometer weit, ja? In Deckung! Nein! Jetzt werden sie uns erwarten. Okay, wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Okay. Ja, klar. Nur wegen der Zwischenkünfte, ja? Scherz, was? Nein, ich tue nur so. Ich scherze immer. Du dümpfst mich wohl nicht ernst, ja? Typisch, Kyle. Ja, dann komm hier lang, ja? Versuch's da bitte. Nein, ich tue nur so. Ich gehöre, ich gehöre. Okay, warte, und? Krüppel, ey. Voll übel, ey. Ey, äh, ich hab... Ich hab... Schutz. Danke. Man. Mensch. Okay. Enthaupten wir dich mal. Bleib stehen, Kerl. Bleib stehen. Alter, Schwede. Und ich... Kraft doch. Der geht auf mich. Boah, grad hab ich irgendwie voll die... Gehirnspacken. Äh, bleh. Bin grad... Ach, heilst du dich auch, Kerl? Ja, wird auch Zeit, ne? Ja. 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 So macht er. Der Kerl. Wutzig. Der geht auf mich. Nein. Ach, zwei Dreck. Ja, toll. Auch schön. So. Nein, Entschuldigung, Kyle. Tut mich leid. Tut mich leid. Na. Das war meiner. Kerl. Ich bin jetzt beleidigt. Glaub mir einfach meinen Typen da und ich töte was. Ja, so ein Arschloch. Ich bin cooler als du. Ja, der schießt auch schon auf mich, ja? Was war das? Was war das? Was, 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 was war das? Kannst du mir mal sagen, was das war? Ja, kannst du nicht? Nein, wirklich nicht. Ich bin er. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg ihn. Ich kann es mal holen. Du solltest. Stirb, Mann. Stirb, 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 stirb. Ach du Kacke, ey. Na, und was ist hier unten? Der, äh, schöne Tod. Wartet. Dann laden wir ein bisschen die Energie auf und so. Derweil springe ich nochmal ein bisschen auf den Keil her. Hör auf, Jaden. Nix da. Ich hör nie auf. Macht zu sehr Spaß. Hör auf, Jaden. Warum sollte ich? Ein Gefühl von Macht gibt es mir. Weiß ich mir nicht aus, ey. Nix, 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 nix. Lolo, lo, 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 lo. So, komm, das reicht, oder? Noch einmal her, komm. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht es, aber... Weil... Äh... Ja, komm, geh. Nam, 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 nam. Die Mission ist ultra lang, fällt mir grad wieder ein. Deswegen mach ich jetzt, glaub ich, gleich ne Pause. Ich fühl mich mächtig, ey. Okay, der Trubolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Geh dich auf. Verschlossen. Hab ich jetzt schon gesehen. In dem Bodenlicht. Da gibt's mal ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Okay. Ah, jetzt kommt aber jemand anderes. Ein Freund. Ja, da. Der wird nämlich direkt von uns niedergemacht. Wir laufen hier ihm nach, weil wir Angst um unseren netten Herrn haben. Das war's, Kai. Ich geh rein. Okay. Bin gleich da. Versteh ich jetzt zwar nicht, aber egal. Okay. Wollen wir mal was Cooles einsetzen? Ne. Lech. Oh. Guter Schuss. Und jetzt rein in die Burg. Okay. Wo lang denn? Sag ich mich grad. In welche Richtung, Kai? Kannst du mir sagen? Kannst du mir das sagen, bitte? Nein? Dann bin ich sehr traurig. Jetzt wäre ich traurig Und ich bin nicht tot Dann hier in die Richtung Dann hier so Dann hier so Dann so Dann wieder so Dann Schnellspeicher Und dann Na schon Laufen wir geschwind Mein lieber Kyle Wir wollen in die Festung dort Die Dead Isse Ja Dead Isse Das ist die Festung hier Verstehst du Das ist die Festung hier Gut Nächster Mission Abschnitt Ja Und es gibt Zwei oder sogar drei Ich weiß es nicht genau Auf jeden Fall dauert das jetzt noch so einiges Aber das mache ich noch zu Ende Danach Mache ich ne Pause Und danach nehme ich noch weiter auf Und danach mache ich noch ne Pause Bis morgen Und morgen ist Sonntag Ja 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 Zum Glück sind wir aus dem Regen Jetzt müssen wir nach oben in die Burg Da drüben ist ein Turbolift Turbo Wahrscheinlich geht der auch nicht Oder Versperrt Nein Wie kommst du da rauf Kerl Du bist nicht willkommen Wir müssen immer die Tür ab Langsam sollten sie es doch gelernt haben Ja Dass sie trotzdem irgendwie überall reinkommen Wohin es da wohl geht Runter In den Tod Natürlich muss auch noch ein Müllzer kleinerer dabei sein Na egal Niemand hat behauptet Ein Jedi müsste keine Drecksarbeit machen Geil Du bist so zum Tod lachen Genauso wie ich Noch zur Mitte Du kannst dort rausspringen Oh Witte Fuck Ne Wie bitte Ich will raus Ich will raus Das war knapp Wir müssen hier raus Nimm du diese Rutsche Ich nehme diese hier Mit etwas Glück Wir führen uns auf der anderen Seite Welche Rutsche? Welche Rutsche soll ich nehmen, Boss, ey? Welche Rutsche? Nehm ich die Rutsche Fliehen ist sinnlos Äh, ich wollte nie fliehen Ich wollte töten Schlitzen und töten Einfach mal Hebel betätigen Ist auch immer toll So Gehen wir weiter Und töten Alle Menschen Außer Aliens Die sind nett Nicht Ist die Rats? Ne, gut Dann gehen wir mal weiter Kalte Rutsche Der geht auch nicht Oh, drei sogar Ah, das wird spaßig, ey Das wird schon was von spaßig Ne, oh, das war meiner, ey Das war meiner Okay, und jetzt So Ach, ich dachte schon Ich müsste dich jetzt erst überall suchen Wie bitte? Ich, 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 ich Ich meine, du bist fast gestorben Äh, nicht Okay Aber trotzdem Du hast es, äh, nicht So, denkens Okay Ähm Ja, lauf hoch Jaden Du bist ein Held Dieemics Ich weiß Und Okay Vielen Dank.